In diesem Video haben wir Übungsaufgaben zu 10er Potenzen für euch vorbereitet. Wir wünschen euch viel Spaß! Wir wiederholen mal schnell. 10 hoch 4 sind 10.000, denn bei 10er Potenzen kann man folgenden Trick anwenden. Man schreibt eine 1 ins Ergebnis und hängt da so viele Nullen hinter die 1, wie es im Exponenten steht. Wenn der Exponent negativ ist, dann schreibt man die Nullen vor die 1 und setzt nach der ersten 0 ein Komma. Wenn man eine Zahl mit einer 10er Potenz mal nimmt, gibt es folgenden Trick. Man schreibt die Zahl ins Ergebnis und verschiebt das Komma um so viele Stellen nach rechts, wie es im Exponenten steht. Wenn der Exponent negativ ist, dann verschiebt man das Komma um so viele Stellen nach links, wie es im Exponenten steht. Wer das noch ausführlicher braucht, der kann in unserem Erklärvideo vorbeischauen. Jetzt zu den Aufgaben. Wandel die 10er Potenzen in Dezimalzahlen um, beziehungsweise die Dezimalzahlen in 10er Potenzen. Versucht es erst selbst und schaut euch dann unsere Lösung an, so lernt ihr am meisten. 10 hoch 5. Wir schreiben eine 1 ins Ergebnis und hängen dann so viele Nullen dran, wie es im Exponenten steht, also 5. Und schon haben wir es. 10 hoch minus 2. Wir schreiben eine 1 ins Ergebnis und hängen vor die 1, so viele Nullen, wie es im Exponenten steht, also 2. Dann ein Komma nach der ersten Null setzen und schon haben wir auch hier das Ergebnis. 10 hoch 7. Eine 1 ins Ergebnis und dann 7 Nullen hinten dran hängen. 10 hoch minus 5. 1 ins Ergebnis, 5 Nullen vor die 1 schreiben und dann ein Komma nach der ersten Null setzen. Bei e müssen wir 1000 in eine 10er Potenz umwandeln. Wir gehen einfach den Weg von gerade rückwärts. Wie viele Nullen kommen nach der 1? Genau, 3. Das heißt, wir können es schreiben als 10 hoch 3. Und wie können wir 0,0001 schreiben? Wie viele Nullen kommen denn vor der 1? Genau, 4 Stück. Das heißt, wir können es als 10 hoch minus 4 schreiben. In der nächsten Aufgabe nehmen wir jetzt eine Zahl mit einer 10er Potenz mal. Aber auch hier gibt es ja einen einfachen Trick. 9,81 mal 10 hoch 5. Wir schreiben die 9,81 ins Ergebnis, hängen ein paar Nullen dahinter und verschieben das Komma um 5 Stellen nach rechts. Schon haben wir es. 4,71 mal 10 hoch minus 6. Wir schreiben die 4,71 ins Ergebnis, schreiben ein paar Nullen davor und verschieben das Komma um 6 Stellen nach links wegen dem Minus. Bei 12,34 mal 10 hoch 7 schreiben wir die 12,34 ins Ergebnis und verschieben das Komma um 8 Stellen nach links wegen dem Minus. Schon haben wir auch die Aufgaben alle gelöst, sehr gut. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbei, da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.